Weil wir wissen, wir haben Zuhörer in sehr vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel hier in USA, wo wir gerade sind, in Kanada, Brasilien und so viele andere Länder. Obwohl natürlich die Zuhörer aus Europa, also aus deutschsprachigen Ländern auch sehr, sehr willkommen sind. Ich möchte Sie ja dann ermuntern, vielleicht fühlen Sie sich nicht mehr. Ich sage es nur, wir freuen uns über jede Meldung auf jeden Fall. Ich möchte Sie ja dann ermuntern, vielleicht fühlen Sie sich, ich weiß nicht wie, aber auf jeden Fall ist es uns eine Freude, dass wir von jedem hören. Sei es vielleicht ein Gebetsanliegen, ein Grußwort, eine Ermunterung, einen, ja, ihr könnt mit mir erzählen, ich bin auch dabei. Das würde uns sehr, sehr freuen auch. Ja, auf jeden Fall. Sie können uns auch einfach weiterempfehlen, also indem Sie entweder mündlich jemanden einladen, unser Programm anzuhören.